hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von johnny's world heute mit teil 2 des black porsche 911 sozusagen weil der ist weder von leppin noch von bella noch ist davon dekul oder original lego nein das ist quasi ein custom set von einem no name anbieter aus china das hat jemand dort quasi rebrickt aus china klemm baustein nur halt dann jetzt in schwarz ich sag mal in weiß in grün in orange gibt es den ja von den einschlägigen herstellern hier haben wir jetzt eine version in schwarz ja wir sind jetzt hier den ersten bauabschnitt durch kommen jetzt zum zweiten bauabschnitt und ich bin gespannt wie es weitergeht bisher war soweit alles ok schaut meinen ersten teil da seht ihr was ich bis jetzt dazu zu sagen hatte und jetzt geht es weiter ja hier haben wir ein weiteres mal das ein teil fehlt und zwar diesmal hier hätte ich da zwei von gebraucht von diesem ist immer nur einer da schauen wir mal ob wir es auch ohnehin kriegen ja herr gott sakra das set macht mir wirklich fix und fertig hier mit den farben also hier ist diese motor abdeckung hinten ja und die ist hier schwarz angezeichnet ich habe aber gar nicht mehr genug schwarze teile das hier ist mein letztes schwarzes großes plattenteil ich habe aber noch reichlich hier von diesen roten na ja bau ist halt mein rot mal schauen wie es aussieht ja hier jetzt bei den roten teilen da sieht man halt dass hier so ein bisschen guss schlieren oder spritz schlieren sind hier in den teilen ist nicht so schön von der verarbeitung und hier die teile sind auch ein bisschen verkratzt also da ist die qualität jetzt gerade definitiv nicht so wie das jetzt bei dem leppin set war und schon mal gar nicht wie wir das von lego gewohnt sind also würde ich jetzt eher sagen bella oder so so jetzt ist es wieder soweit jetzt werden wir hier unten die bodengruppe hier oben mit dem rahmen hier quasi zusammenfügen dafür nehme ich mal lieber beide hände nachdem man das ganze dann aufeinander gestülpt hat sind dann hier die ganzen roten pinnen die man vorher noch rausgezogen hat die schiebt man dann rein und damit verbindet sich das ganze hier und das ist fest da passiert nichts mehr jetzt haben wir hier die sitze eingebaut war auch soweit alles in ordnung bis auf ja zum einen haben wir hier leichte farbunterschiede zwischen den teilen und den anderen teilen und hier sieht man die haben hier alle ganz normalen 90 grad achsanordnung bei denen hier nur die hier die ist irgendwie um ein paar grad rum versetzt aber da scheint verschiedene achs aufnahmen zu geben und das hier ist die falsche ja jetzt haben wir den kleinen radarsch hier mit den farben hier oben müsste eigentlich schwarz sein ich habe die 5er kran army hier aber nur noch in rot ja hier müsste auch ein schwarzer hin aber die neuner neuner ist es habe ich auch nur noch in rot jetzt werde ich mal gucken wo sowas in rot gut aussehen würde und wird dann das tauschen dass dann die schwarzen hier vorne zum beispiel weg kommen dafür dass dann da rot hin dass stoßstange rot wird ja irgendwie sowas ja aber in der anleitung war es nicht richtig zu erkennen und somit war es dann der fantasie überlassen wie man wo was baut doof naja egal noch mal mehr bauspaß quasi ja das mal für den arsch beziehungsweise nicht ich bräuchte hier zwei von diesen hier um hinten das heck zu bauen und ich habe aber nur noch eine und ihr habt ja auch keine mehr irgendwie noch auf vorrat irgendwo in meinen grabbelkisten liegen sprich da muss ich mir erst mal ersatz besorgen also wird hier quasi der popo vom porsche was ja eigentlich mit der schönste vom ganzen porsche ist das was man am meisten sieht auf der autobahn von dem porsche erst mal unvollendet bleiben ja schade ich habe mich jetzt dazu entschlossen dass hier quasi der rote farbton hier einmal komplett umlaufend ist und wobei die anleitung sagt hier ja rot hier nicht aber ich habe gar nicht die teile um hier das anders zu machen von daher denke ich mal wird das wohl okay sein wird sich zeigen im weiteren verlauf ja und jetzt haben wir hier was und zwar hinten das teilweise hierhin kommt ja und da soll laut anleitung hier ein aufkleber drauf ja gt3rs das wäre dieser aufkleber hier die 12 und in dem aufkleber bogen ist der in dezentem orange wobei ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber so richtig orange sieht das auto eigentlich nicht aus lassen wir den mal lieber weg habe ich recht dran getan den aufkleber weg zu lassen hier in der pdf anleitung zu dem schwarzen wird nämlich auch kein aufkleber gezeigt ja alles richtig gemacht bin schon guter ich bin mir nicht so ganz sicher wer hier das ganze set zusammengepackt hat aber auf alle fälle hatte der wohl seinem reiswein bisschen zu sehr zugesprochene also hier haben wir jetzt diese was kann ich wie man die nennt diese teile ja und das sind insgesamt zehn stück und da müssten fünf links und fünf rechts von sein aber ich habe zehn mal die gleichen so dass hinterher hier zum beispiel die motorhaube die eine finde nicht bekommen wird auf der seite beziehungsweise halt erst später wenn ich die im wie nachbesorgt habe also ich will es mal so sagen ist schon ein bisschen fehleranfällig das set schade eigentlich weil ansonsten sieht schon cool aus so in schwarzen ja ich will mal schauen dass ich die ganzen ersatzteile hinter kriege dann wird das sind ja schon ein schickes teil zum hinstellen wir haben jetzt die ersten drei bauabschnitte fertig einer kommt noch gute 40 seiten sind es noch in der bauanleitung und ich muss ganz ehrlich sagen die farbe schwarz passt gut zu dieser zu diesem automodell sieht schon stark aus die qualität der panels hier ist okay man sieht es teilweise sind so ganz leicht verkratzt ja auch hier sieht man es bei den schwarzen kran armen sind leichte kratzer drauf nicht ganz unüblich bei china klemm bausteinen aber es lässt sich gut mit arbeiten sie lassen sich gut verbauen ärgerlich ist halt hier dass dieses eine fehlteil dazu geführt hat dass hier der ganze teil hinten fehlt die ganze lichtanlage ein bisschen ärgerlich aber gut kann man jetzt gerade nicht ändern ja dann kommen wir jetzt hier zum letzten zum vierten bauabschnitt dann bringen wir den mal zu ende jetzt haben wir hier entweder teil in der falschen farbe oder falsches teil ich weiß es nicht genau und zwar soll jetzt hier erst mal dieses teil verbaut werden problem ist jetzt hatte ich ja schon gesagt bei dem getriebe tunnel hier dass da irgendwie andere bauteile bei liegen als eigentlich beim original ja um zwei ist bei denen der unterschied dass die hier nur zwei löcher haben wo man pinne durch machen kann das original hat mehr löcher nämlich so wie bei dem hier drei auf jeder seite und ganz großer unterschied diese vier aufnahme löcher fehlen hier ja die fehlen hier und die brauche ich jetzt aber hier für den schwarzen weil da pinne rein müssen um dann hinterher das armaturen wird da dann aufzubauen ist jetzt aber gar nicht möglich deswegen ist die frage entweder nehme ich jetzt hier den roten baue das da mit ich hoffe dass der mir nicht an anderer stelle fehlt oder es ist schlicht und einfach ein falsches teil bei mit dem man gar nichts anfangen kann naja probieren wir es mal erst mal hier mit und schauen wie sind ja aussieht ja hier beim cockpit zieht sich das jetzt weiter durch mit den farbungenauigkeiten also ist nur in rot dabei hier ist eigentlich in schwarz aufgeführt also man muss schon ein stück weit flexibel sein und halt zwischendurch mal gucken ob da in anderen farben die teile da sind und ob man es dann damit weiter baut ich bin jetzt hier bei den vorderen kotflügeln und den scheinwerfern und da sind ja diese trans clear parabol antennen die da verbaut werden und also die beiliegenden sind von einer qualität ich sag mal die von original lego hier die sind richtig richtig trans clear die bei dem leppin bei war die sind trans clear allerdings leicht verkratzt ja und das hier das ist mehr milchglas also das ist definitiv nicht das was bei dem leppin set beilicht und hier ist so ein zeichen drauf das kann ich nicht ganz einsortieren das scheint irgendwie ein hersteller zeichen zu sein kenne ich aber nicht vielleicht kennt einer von euch schreibt es unten rein wenn euch auffällt oder einfällt wer das sein könnte ja hier haben wir noch mal so ein punkt der meine theorie von den verschiedenen herstellern für die teile glaube ich ganz gut bestätigen wird und zwar sieht man hier auf der seite ist die gussnase zylindrisch eingelassen und hochglänzend und auf der seite ist die konkav und matt ja und auch hier sieht man dass die nicht hundertprozentig zueinander passen und auch hier innen drin sieht man halt dass die gussnasen anders gesetzt und anders abgeschliffen sind als jeweils bei dem gegenstück hier zum beispiel ist keine artikelnummer drauf hier schon also ich habe wirklich das gefühl dass hier bei diversen herstellern die teile zusammengekauft worden sind und dann dieses set quasi in anführungszeichen in schwarz zu rubriken ja je weiter wir uns hier der vollendung des schwarzen porsches entgegen bewegen ja desto schlimmer wird die situation hier mit den falschen fehlteilen ja hier zum beispiel das hätte eigentlich schwarz sein müssen und ohne diese löcher hier drin dann die hier die jetzt innen drin dran kommen sollen hinter für die verstärkung von dem außenspiegel ist gar nicht dabei der außenspiegel sollte eigentlich rot sein ist definitiv in rot nicht dabei der ist nur in schwarz dabei also es fehlt und es sind viele teile und es sind auch viele falschteile dabei oder falsch farben dabei also da ist bei der zusammenstellung des sets definitiv nicht die nötige sorgfältigkeit angewandt worden wie man sie jetzt von leppin oder von dekul kennt also da muss man auf alle fälle ich sag mal geistig beweglich sein ich das problem für mich und definitiv auch hinter der bestellung bei bei brickling raushauen und dann die richtigen teile dazu kriegen oder man setzt sich halt mit dem lieferanten auseinander dass der das hinterher nach liefert aber so oder so es geht auf alle fälle noch einiges an zeit ins land bis man dann das ding fertig bauen kann das ist ein bisschen ärgerlich also da hätten sie wirklich ein bisschen mehr sorgfalt anwenden können hier bei der zusammenstellung der teile ansonsten die teile an sich sind prinzipiell nicht schlecht man merkt halt dass die aus verschiedenen fabriken kommen teilweise aber das macht den bauspaß tut das keinen abbruch und es sieht hinterher geil aus also schwarz ist eine farbe die diesem set wirklich sehr gut steht das muss man jetzt und kann man jetzt auch schon sagen so nachdem ich den jetzt hier so weit fertig habe wie es halt hier mit den teilen möglich war ist mir aufgefallen bei den teilen die über waren dass die bremsanlage in rot bei licht nicht in gelb und so das werde ich jetzt mal eben noch wieder umbauen und werde jetzt die roten teile hier verbauen sieht es hier sind rote brems belege ja da haben wir eine soweit es denn geht fertig den black porsche den jeremy 911 und tja so im ersten anschauen sieht ein bisschen aus als wenn es das dienstauto von harlequin wäre hier mit dem me party bombesteaken dingens hier hinten und auch hier dass die türen auf einmal rot sind anstatt in schwarz also mal wirklich dacheles gesprochen das set hat eine menge fehler also die jungs die das zusammengestellt haben die haben ein paar fehler dabei gemacht da sind eine menge fehlteile schrägstrich falsch teile bei und da muss man einfach mit leben wenn man sich das bestellt ja ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen er sieht in schwarz richtig richtig geil aus also ob man sich den jetzt bei brickling zusammenstellen möchte und dann mit lego teilen rubriken oder halt hier dieses teile sammelsurium sich bestellen möchte als grundlage für einen rubrik weil im endeffekt ist es wirklich kein set es ist ein haufen steine mit denen man den 911er von lego rubriken kann weil es ist wirklich für ein vollständiges set einfach viel zu schlecht zusammengestellt ja bauspaß ist da die qualität der steine ist in ordnung nicht auf lego niveau keine frage und es scheint auch ein bunt zusammengewürfeltes sammelsurium von verschiedensten herstellern zu sein wo die verschiedenen teile herkommen ich weiß nicht wo jeremy die einzelnen teile alle her hat aber im großen und ganzen der kann man gut mit bauen also ich werde jetzt mal schauen dass ich halt hier die verschiedenen teile ausgetauscht kriege halt hier eine schwarze paneele die in verkleidung lasse ich so hier eine schwarze paneele ich habe mich entschieden dann den spoiler hinten komplett in schwarz zu machen ja hier dann die diese hier dann nochmal in der anderen richtung da brauche ich drei stück von die fehlen mir ja dann hier da fehlte mir einen kranarm einen elfer da habe ich jetzt erstmal mit einem technik brick das ganze gebaut der muss natürlich auch ausgetauscht werden sieht sonst ein bisschen schräg aus aber ansonsten sieht er echt gut aus und es macht wirklich spaß preislich ist er halt ein bisschen über dem was der leppin porsche kostet aber dafür sieht er hinterher scharf aus ja ich werde jetzt mal schauen dass ich die fehlenden teile und die ersatzteile für das set kriege hier um dann hinterher den fertig zu bauen und dann kommt natürlich noch die beklebung mit den carbon aufklebern drauf und ich denke mal das wird ihm hinterher nochmal so den letzten schliff geben wo er richtig gut mit aussieht ja und bis dahin wird allerdings ein bisschen zeit ins land gehen ich muss die sachen jetzt erstmal besorgen von daher ist an dieser stelle erstmal schluss ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich über den daumen hoch fragen und für mich bleibt jetzt noch die frage was ist das hier für euch ist das für euch wieder eine stumpfe raubkopie wie von leppin oder so oder ist das wirklich mehr ein rebrick set nur halt nicht von lego also kein von bricklink sondern mit china lego ist das vielleicht im effekt der weg den die chinesischen hersteller gehen sollten dass sie quasi sowas wie bricklink aufziehen wo man sich dann selber seine sachen zusammenstellen kann weil dann wären es keine kopien mehr wäre das eine idee würde das vielleicht manche probleme lösen auch manche berührungsängste dahin wischen weil im endeffekt ist ja wenn man sich was rebrickt und das bei bricklink kauft haben die entwickler von lego da auch nie so viel von ja ok man kauft dann da original lego steine aber für die idee bezahlt man da auch nicht das sind andere ideen die da zerpflückt worden sind schreibt sie mir mal unten rein es würde mich interessieren wie ihr die ganze sache seht so ihr lieben hier noch ein kleiner nachtrag ich habe gerade kontakt mit dem verkäufer aufgenommen und der sagte mir einfach mach mir eine liste was fehlt schicke ich dir zu das ist service bei dem set einmalige nachlieferung ist quasi im preis mit drin super das ist doch klasse ja dann werde ich das mal fertig machen und werde dann dementsprechend dann hinterher das ganze weiter bauen das gibt es dann im dritten teil und ansonsten danke ich euch fürs zuschauen wenn ihr mehr von mir sehen wollt abonniert mich gerne dann auch auf die glocke drücken dann kriegt ihr mit wenn ich was neues hochlade und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen tag tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.